Ich bin's Marc. Es ist wieder passiert. Diesmal aber mitten auf einer Kreuzung. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Kennen wir uns vielleicht? Nein, tut mir leid. Sind Sie sich absolut sicher, dass Sie diesen Weg gehen wollen? Du, wieso war ich schon mal hier? Was haben Sie mit meinem Kopf gemacht?